hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren folge vom roto irgendwas projekte haben gedacht statt meiner super tollen paint zeichnung nämlich einfach den hauptbildschirm hier von cs für die anmord zwar spielen wir wieder zu zweit und heute soll es um eine prophezeiung gehen wird die felge auf platz eins rollen man weiß es nicht dem sinne wünsche ich euch viel spaß beim video und bis zum nächsten mal tschüssi ich würde niemals jemanden helfen außerdem ich bin ja ich bin mega überlegen mir hat irgendwann rang mir den chiquita revolver zu holen der sagt mir tatsächlich gerade absolut nichts der sieht wirklich aus wie eine banane mit so einem chiquita sticker ich habe das ist auch ein anderer account ja wie letztens den revolver banana oder wieder heißt gezogen heißt ja nicht irgendwas mit banane oder so weiß ich ja aber hast du nicht einen anderen namen gesagt die marke heißt chiquita das sind einfach alle da noch die man die bombe weggeworfen ok ok erst mal drei kills auf dem revolver auf den revolver revolver akabo ameck ten b again please holy shit eh die haben da erstmal b gesteckt ja ähm b aber die hast gestummt ja ne äh ich hab dich gestummt die garage bis ja ey das sagt alex das fakt mich so oft das riecht gemein warte ich kann's ich kann ja nicht sagen doch ich probier's nochmal aus oh der hat geflasht das hab ich zu spät kraft der hatte auch ein revolver er müsste eigentlich von seinen mates wissen dass wir schon lange hier auf dem spot drauf sind und er geht einfach mal mit dem rücken zu uns tu jetzt brauche ich brauche ich hab mir grad nen akk gekauft bruder hörst du dir meine akk der liegt monster und der zweite ist auch monster aber es lebt noch einer abseits davon ich glaube der ist schon ich glaube beide sind da run gun oh der hat nen headshot super low das sei ja mies wie du dir direkt immer in den headshots mit den mps gibst ja mps sind doch einfach toll der hatte noch 28 hp ach man zwei sind über unseren spawn geraten was ist das denn meine akk ist jetzt weg ich hab mal absolut verdienten kill gemacht mit 4 in 1 ach ne ach man der typ aufs short der war echt ein bisschen lost der hat gar nicht gerafft dass wir schon durch sind ja aber das oh mann ich hab auch nicht gerafft dass da schon welche ja aber dass sie da hinter uns schon waren ist auch wild aber zu zweit die sind komplett durchgerannt die kamen ja nicht mal von collector die kamen einfach über unseren spawn wirklich ok danke bitte äh zwei sind noch auf B 2b scouting next scout scout obi nein hinter euch einfach schon wieder scouts 30 liter blut verloren 1 low 1 low pass auf der deck dich rechts nicht ne will er geh oder geh 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 nein eh dann doch lieber die scout ich weiß nicht ob der das war der auf short gestorben ist ich hatte kurz angst dass du an Fallschaden irgendwie stirbst nein so kacke bin ich nicht schiene deine reaktion soll aber auch die von dem Fuß drücken geh doch einfach geh doch einfach ihr habt keine Zeit ja warum bist du da doch nie gegangen ich bin lower peter des sniper äh einer ist schon in der bank drin und der ist lost äh der ist genau vorm LKW also die Bombe ist für dich gelegt vorm LKW schade bisschen mehr leben und du wärst wieder um Ecke gekommen aber wirklich oh mein Gott war das schön ich hab 4 oh mein Gott echt so schade dass das nicht mehr geklappt hat das war so toll was haben die noch geschrieben habt die morgen auch Zeit zum zocken bin jetzt seit 4 Uhr morgens unterwegs wo die sonst noch was essen und dann schlafen bin schon ein ah feigling da du du schreibst was nettes und ihr sagt sie hinterher dann bringt feigling nein mein Gott wenn er schon so lange wach ist dann brauche er doch nicht noch irgendwie hier rein daddeln man sieht ja eh nur W2 warum mach ich mir überhaupt Sorgen dass hier irgend so lange ich mit meiner SSG lebe ist alles in Ordnung ja einer müsste Half-Life sein irgendwie auf Toilets und das Toilets 50 HP ist er ist er und ich weiß nicht wem ich zugucken soll mir ich guck mir nicht zu ich könnte einem zugucken der weiter vorne ist ja mach mal bitte ich switch eher einmal durch ich ich hab dann einfach wieder so ein scheiß Flanker von denen hochkommt nein das trauen die sich nicht ich warte ist Orange jetzt immer lang gegangen ist Orange jetzt immer lang gegangen um dann durch Toilets durchzuslegen ja das war doch nicht sein ernst One from coming from it also ich fand jetzt nicht dass du dich irgendwie angehört hast ich finde nicht dass du dich anhörst als wenn du aus der Garage kommst ja vielleicht ist es noch besser sorry boi jetzt schon fand ich dich ja wieder stumm mhm mhm und sonst warum bin ich erster mit 400 Damage das ist traurig ja mach hilf also ich bin mit meinen 400 Damage eigentlich fein also du bist ja aber instig gestorben ich hab auch noch 100 drauf ich hab jemandem schon wieder 86 gegeben der hat überlebt ey ja klapp erst 20 Damage trennen uns spielt weiter SSG ne wenn es klappt warum nicht klappt ja klappt gut never change the running system running system ähm ich muss echt immer wieder an den Spruch denken mein Englisch ist one way free gerade dieses einwandfreie achso ich kenne ja immer nur sowas wie I only understand train station das ist auch gut ey das sind halt so richtig dumme Sachen boah der hat die Geschelle kassiert niemand traut mich mehr Monster zu pieken doch ich dachte er ist es ne ich dachte er ist es der ist einfach reingelaufen ne der hätte mich nicht sehen können er hätte hingeguckt ja auf jeden Fall hätte ich das das erste Mal gehört hab dieses äh mein Englisch ist one way free da dachte ich noch so oder äh da hat sie erst gerattert so äh was will der und dann so ja dann ey dieses alter einwandfrei ich dachte ich höre nicht richtig wir haben jetzt zwei Avis ein SSG und zwei AKS oh sieht nach einem Bego aus sieht nach Autotacker aus warum bist du vor mir im Iran ah easy aber ich bräuchte drei damage weniger ja das stimmt ich mach halt dauerhaft immer ein Kill aber du machst ein bisschen mehr also ich glaub die werden Monster nicht mehr pushen weil ich sie zu oft gekillt hab da das ist ein Grund aber ein Hindernis weil er mir einfach ne Headshot gibt ey ja der dachte es hilft dass ich das war da räche mich los Attacke soll ich? ja fast Töt ihn mein krankenhaus das ist er hohohohohoh was! der ist einmal gesprungen hast du das gesehen? ja also das war unmöglich was der da gemacht hat also ne sorry aber den report nicht instant das wäre es zu dumm Wenn jemand einfach insta-jumpt und mit der beiden Hälfte durch die Swoom, ne. Der war ja geil ey. Das war, also das war schon niedsächerlich. Da hat jemand keinen Bock mehr. Ist das schön ey. Und das war nicht mehr der Gute, das war der, der sackt. Ja, leg mal Bord, ehrlich gesagt, weiß er nicht. Er ist immer noch bei 100% Headshot-Quote. Und kein Dasus. Erstmal, wie man es professionell macht, Steamprofile angucken. Hab ich schon. Also es sind immer nur von den gleichen Leuten Kommentare und einer davon ist vom Handel ausgeschlossen. Das wirkt schon ein bisschen sus. Einfach der letzte mit dem Winnie-Pooh da, Alter. Der hat 4 Sekunden, entweder sollte er sich einfach verpieseln. Geht doch bitte da nicht noch rein, du wirst sterben. Okay. Was war das denn für ein Move? Der hat, ich hab den mitgegeben, der hatte noch 30. Jeder hat schon mal einen Gang auf den, nein. Guck mal, ich hab jetzt auch ne gute Säule. 30 Damage, die krieg ich hin. Und wenn ich dich umbringe. Äh, ne, kriegt man eigentlich Minus Damage? Ist das nicht so? Ich weiß gar nicht, also, äh, früher hat man, oder in Cisco hat man ja einen Minus Kill bekommen. Wenn man einen Kill gemacht hat. Ich glaube, du kriegst einfach Minus 100, wenn du einen Kill machst. Okay, möchte ich... Er gibt mir halt einen Hit, mich schon mit. Hit mit. Heimt sich. Ich bin blind. Wette mich. Mann, ich bin aber auch kacke. Der steht bei den Fässern, ja. Oder da Richtung Water hin. Ähm, ne, Fässer. Händ ihn raus! This girl is on fire! Den muss ich auch schon wieder 84 gegeben haben. Sein, please. Direkt ab. Short. Start. Sehr schön. Ihr holt euch jetzt vom Monster. Ich hab dem halt echte 80 gegeben. Sehr schön gemacht. Danko! Ich hab alles noch abgestaubt, außer zwei. Den Arme hab ich kaputt gebrannt. Jetzt bin ich schon dritter. Ja. Ja. Das reicht gerade so fürs Treppchen. This girl is on fire! Ich pre-file den jetzt lang. Ich schlag sie, rennt da rein. Okay. Safe. Wie lief der an dich? Ich blieb auch irgendwie. Das ist schon mal sehr gut, wenn du am Schießen bist. Ich hab ihn getroffen. Er war es runter her gesnickt, also wär es low. Und hat wenig HP. Okay. Ey, Connector in short. Ist der von der Monster instill-lo. Ey, Vanille-Eiscreme, ne? Vanille-Eiscreme kannst du die Tonne schmeißen. Wenn der da ist, dann blockiert er ja deinen Progress, anstatt was du mache. Boah, aber Vanille schmeckt eigentlich ganz gut. Der ist so scheiße. Ich hab meine Assisten aufbekommen. Ich geb ihm 95. Gönn mir doch bitte den King. Ich hab dem 1,5,5. Mann ey. Ich mach dir. Ich first peek den jetzt. Ach ne, scheiße. Ich swan habe nicht. Egal. Aber eigentlich ist wirklich Geld. Mann. Ne, ist mir egal. Nein. Okay. Nö. Nö. Cool. Ich hab gleich eine Awe dann von dir. Ich wollte gerade sagen. Bleib bei mir. Obwohl, äh. Ah ne, warte. Boah, Digga. Das ist doch nicht sein scheiß Ernst. Mann. Boah, Team Damage hier. Ja, wer, wer, wer. Hey, wenn ich wegen dem jetzt gepickt werde, ne. Weil der. Maschine. Warte, der ist noch eine Awe. Er hat mich Geld verdient. Ich kann nicht. Sonst hätte ich dem richtig guten Glockhead schon mitgegeben, ne. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft hab. Ist doch richtig gut. An den Barrels ist einer. Ja. Connector. Ach, schön. Wir könnten auch A gehen. Sollten wir wahrscheinlich auch. Trotzdem ganz gerne Waffe. Bin ich ehrlich mit dir. Sollen wir tauschen? Ich hab, ich hab, äh. Sechs Kopi. Ich glaub, du bist dann besser aufbogen. Ne, du hast die besseren Chancen, ne. Oder, ne. Du hast die Zeit für einen Schuss. Mehr Skill. Ja, mehr Skill. Aber du hast die besseren Chancen, wenigstens noch was mit deinem Leben anzufangen. Das hört sich voll fies an. Also, warum hab ich bessere Chancen? Ja, wenn ich dir die Deagle gebe, du brauchst in der Regel... Ach ja, okay, das ist was meinst du, das stimmt. Wer plantet denn so? Das müsste eigentlich Kopfhöhle sein. Wirst du daneben schießen. Schön. Ich muss rein. Ich sterbe. Ich sterbe, oder? Ich sterbe, oder? Shit. Ich sterbe alle. Aber ich hab ihm noch einen Hit mitgegeben, dass er mitstirbt. Das ist besser für mich. Ah ja. Und das Abendkaufen hast du gelohnt. Lohnt. Ist so. Hast du nur Geld? Ja. Ja, achso. Okay. Okay. Und ich sag auch noch, ich schieß daneben und dann kommt er um die Ecke und einfach BAM junger Headshot. BAM! Guck mal, wie wir dich damage ich hab. 15 Kills. Dieses Pfeil, das passt nicht ganz. 15 Kills und nur 1200 Damage. Ja. Ich mein, das ist immer noch sehr viel. Und bitte lass dich nochmal pieken. Bitte. Du bist der bei mir. Sehr schön. Die machen das. Wie lieben die? Warte, ich helfe dir. Du hast mich mit der Barrels getrobt, oder? Jupp. Ach, der war Barrels? Oh. Also, keine Ahnung. Also, war. Ich hab's zumindest auf einem Map so gesehen. Honest B. Äh, der hüpft Richtung, äh, der ist ganz hinten durch. Äh, der könnte irgendwie Richtung Heaven da unterwegs sein. Vor allem, wenn der den Mate jetzt auf Armband hat. Äh, ich hab leider den Spot da hinten vergessen. ABC. Aber nicht sagen, dass er weg geht. Ich dachte, du hättest wirklich gehen hören, weil das nur das Geräusch. Also, der hat hier, äh, Jumps gemacht und gemoved da. Top. Was sagt er? Ich hab verstanden, dass er gesagt hat, Top, aber... Ich hab Top oder Stop, äh... Weiß es nicht, ne? Jetzt hat er mich überholt. Mhm. Ich geh jetzt wieder lang, ne? Das ist doch dumm. Der Flasht. Der Flasht war ganz schön scheiße. Ich plante ganz frech. Wir sind doch hier immer mit 30 Leuten. Pass auf nicht, dass gleich wieder wer hinter uns... Der Flasht. Der Flasht. Der Flasht. Der Flasht. Der Flasht. Die sind da hinten sogar. Können wir da nicht Richtung A laufen? Beine Ahnung, wo man safe ist hier. Ah, du schaffst das schon. Gleich doch. Okay. A-W-P-Main. Aber wenn du am Ende nicht hier die Auszeichnung für Scharfschützen bekommst, dann weiß ich auch nicht. Ich hab nur... Ich hab noch 3 Evolver-Kills noch. 19 Kills, ey. Holy shit. Letzte Runde. Die machen auch... Die wollten auch nicht sneaken. Die sind einfach aus dem Spawnrum geraten, haben sich da erschossen. Miep, miep. Haben wir das gehört? Mhm. Okay. Das ist ärgerlich. Uh, wer steht in meinem Weg? Ich hab schon wieder auf diese Tasse für DPI gedrückt. Zwei Leute bei... Noch einer? Dieser Typ, ne? Kannst du den bitte reporten? Das ist ja das einzige, was er macht. Der macht ja wirklich sonst nichts, außer mit dem Deal-Jumpshot. Boah, ist das dumm. Ich hab grad fast ne dumme Frage bei Whatsapp gemacht. Da hat wer... Reingeschrieben von so einer anderen Truppe da, dass die morgen Abend TTT spielen wollen. Mhm. Und ich wollte erst mal fragen, spielte er dann noch TTT? Ich dachte grad im nächsten Moment, die haben da einfach nur Dings reingeschrieben. Gary Smart. Oh, der hat sich bewegen! Egal, der hat den... Schade. Ich hab Belieft noch in ihn. Warte, ich hab ihm 48 in eins gegeben. Wie hab ich das gemacht? Durch die Wand gehittet? Anscheinend. We can do this. Ich will mit TTT. Wir spielten mit TTT. Also ich muss morgen Abend bearbeiten. TTTTT. TTTTT. Revolver? Revolver, ne? Revolver. Revolver! Ach, Rüstung. Nein, jetzt hör auf so langweilig zu sein. Wieso langweilig? Du bist langweilig. Ich hätt ja nicht mal jetzt einen Revolver. Dann kannst du liegen wo die einen ausrüsten, so schnell. Hab ich... Hab ich vergessen einen Ausrüstung gemacht. Ist mir egal, ob wir jetzt auch drei Leute hier sind, die werden safe A gehen. Die werden untergehen. Ne, normalerweise gehen ja... Also vier B. Ha... Bier, Bier, irgendwie sowas. Ach, was schießen die? In A, safe call. Nein. Ach so, die rennen über langen. Die gehen über langen, dann Connector. Warte ab. Wenn das richtige Spieler sind. Ist die Frage. In. Du kennst sie, du kennst das nicht. Die sind über uns, die sind über uns. Toilets. Also das macht man wirklich auf Overpresso. Ah, aber das sind Lappen hier. Genauso wie wir. Sind schon on den Spot. Lass erst Vanilla Ice Cream einfach sterben. Dann stirbst du. Ja, das ist wirklich... Der spielt genauso wie Lickmar Balls. Aber Glock ist einfach geil. Der Rettung gibt mir... Er... Bei ihm genauso. Es ist so komisch. Es ist so sus. Die Glock ist einfach toll. Und das war ein Headshot? Kann ich nur mal sagen... Wo geht er denn hin? Wo war... Oh, der kommt. Er hat einen Ace gemacht. Siehst du, was meine ich halt? Das war mir als Hass. Es ist so komisch. Nein, das ist die Glock einfach. Ich habe jetzt die Tage auch mal so ein paar Clips rausgesucht. Oder wo ich immer mal hier Shadowplay angemacht habe. Ey, das war ein Vollfehlaktion, wo ich einfach richtig geil so eine T-Runde oder hier mit der Glocke geschossen habe. Und auch einfach irgendwie so 4K oder Ace gemacht habe. Ich laufe erstmal in die Diegel. Digga! Da wird 50 Leute beitragen, geht doch wehe. Hat er... ...gekauft? Keine Ahnung. Du bist Zweiter bei Nachtkills und ich hab 20. Der Monster wird geflasht. Liegt da jetzt rein. Da ist keiner. Doch, da ist einer. Wenn du willst, kannst du den rauspuffen lassen. Und gehe. Dann helf ich dir von den Händen. Das ist der Leg more balls. Oh nein, ein Shot ist durch. Es tut mir leid. Der war genau... Alles gut. Äh, der kommt Monster. All of my Winkel. Der Nächste? Ich verstehe das nicht. Aber wenn es dich tröstet, ich habe mir mit dem ein Battle geliefert. Nur ich war ein Noobiger. Ja, aber das ist es ja. Warum überlebst du? Warum kriege ich denn wirklich permanent die One-Tabs? Hey, talk about my One-Tabs. Okay. Wie heißt der B? Er steppt wie so ein Elefant nach oben. Egal, der macht das. Also, ich möchte sagen, der hat ein bisschen Glück, dass der Gegner da nicht hingeguckt hat. Und dass ich ihn auch redet habe. Und alles. Das auch. Aber trotzdem, äh... Finde ich cool, dass er da langgegangen ist. So. Möchte ich da nochmal so dumm reinpieken? Ja, ich will da nochmal drum reinpieken. Ja, tu it. Ja, tu it. Tu it. Wir haben die Runden. Wir können sie noch wegschmeißen. Ja. Ich bin 13.11 haben wir noch unten. Nein, sag das nicht. Nein, ich möchte auch kein 13.11. Das macht mein Herz nicht mehr mit. Komm, ich probiere jetzt Short auch richtig für dich. Ich sag mir, wie schnell wir die losrennen sollten. Wie sieht klar aus? Ja. Wurde noch niemand auf der Karte gespottet. Da sind sie. Er hat sich schon erstmal eine Arme gegönnt. Okay. Team Kill? Ah, okay. Das ist voll scheiße. Ich muss immer zum Kill-Feed hochgucken. Aber dann habe ich immer Angst, dass... Ich weiß genau, was du meinst. Es geht mir genauso. Ich hab wieder One-Tap gemacht. Zwei Leute... Äh... Da. Und mehr auf A. Ich bin nicht sicher, ob die A sind. Also bleib mal B, bitte. Die können ja mal Connector runtergehen. Die sind ja auch hier zur Mitte. Oh, sorry. Oder geh du Connector entgegen. Right, right. Ah, yo, right. Okay. Ach, Ich bin schon unterwegs. Already asked for dude. What are you doing? Der hat ja gar nicht mehr gekillt. Wo ist Kill? Einer ist Hit. Einer ist SSG Hit. Einer ist SSG Hit. One more low. Last one low. Oder war das... Ja. No. Ey, die schwebt einfach die Bombe. Siehst du das auch? Hä? Die liegt ja nicht auf dem Boden. Hä. Ja, die liegt nicht auf dem Boden. Save, da lag vor Einen Stein. Äh, die ist jetzt einfach drauf. Ich habe ihm... Ich habe ihm 19 Iron. Ich habe ihm Handsome durch die Wand gegeben. Och ne. Ich sehe es gerade auch. Ah, keine Sinn. Hast du genug Geld für eine A. beneficial? Äh, nee. Gib mal Geld her. Ne. Das wäre immer noch so cool, wenn man hier Geld hin und her schieben könnte. Ja, das ist wirklich so. Oder für den anderen, also, ja. Dass ein anderer mir liegen könnte, so. Warte, er hat ein SSG gekauft. Ja, perfekt, nicht benutzt, so. Ich bin übrigens richtig nutzlos. Also, gefühlt, diese neun Kills und die 1200 Damage, die habe ich schon seit 10 Runden gefühlt. Aber ist bei mir gerade auch so. Ich fahre gerade immerhin Damage, aber keine Kills. Ist hier schon wieder nicht. Wart ab. Hast du eben auch gesagt, dann wurdest du von denen gekillt. Übrigens, wir haben eine Prophezeiung bekommen. Wer? Also, eigentlich ich, aber du bist ja, glaube ich, mit inbegriffen. Okay. Das erste Video von uns beiden ist ja jetzt, heute, gestern, irgendwie so online gegangen. Und da hat einer so gemeint, von wegen, erst Solo-Queue, dann jetzt Duo-Queue und bald in einem Fünfer-Team Richtung Global. Das wäre schon cool. Das wäre richtig krass. Was, du, Lon? So. Beide lang, jeder nicht hin. Den, dem ist es einfach. Ein guterer als die. Guterer, okay. Dann bleib du, du lang, ich gucke, toll. Bomme down da. Der ist close. Ach, der ist ein Spieler. Schnipper, schnipper, nicht die Nägel, ich kann die Nägel. Schnipper, ja, komm, ich schenke die Nägel. Ich schenke die dir. Cool, danke. Danke. Ähm. Ockel. Ja. Da liegt noch eine Schnipper. Ach nein, ich sinke. Ich sinke und wir haben elf Punkte, ist gerade alles nicht gut. Das ist das wieder die Prophezeiung. Das ist die Prophezeiung. Muss ja jetzt nur ein, zwei Runden jetzt noch gut performen. Ja. Wenn die B kommen, mache ich das. Inna war nur A, die kennen B gar nicht. So weit hinten wie die immer sind. Das ist immer, was ich wundert. Er hat ihn gelipt. Ja, Vanille, Ice Cream. Ach man, die müssen schnell wieder nach A hoch raschen. Rasch B. One long low. Already A. Ich gehe mal hinten über die Bank. Ach man, Fick dich, du blöde Missgeburt. Es ist immer der gleiche. Mann, ich komme mit dir entscheiden. Ich habe zwischen beiden hin und er geswitcht. Dieser Leg mal Bolt, der kann nur was mit dem Sieger. Aber komisch, aber so richtig fuss immer nur. Wenn der schön eben würde, würde ich das verstehen. Aber das... Okay, easy. Good job. Hol doch erst die Arbe, bitte. Die meisten Leute, die auf diesem Leben wissen ja nicht mehr, was das heißt. Der wird das auch nicht gerafft haben. Aber ich kann dir eine Arbe legen sonst. Ähm, wir tun die Persona. Bitte. Danke. Was möchtest du? Guten Morgen. Äh, AUG. Danke. Mann, ich hasse das so sehr, wenn zwei Leute vor mir stehen. Ich kann mich nie darauf festlegen, nur auf einen zu schießen. Ich muss immer in die Mitte von beiden schießen. Ja, es ist, ich weiß genau, was du meinst. Ja, der Typ geht jetzt mit dir anscheinend B. Deswegen, äh, ich nicht mehr. Ja, dann haben wir hoffentlich eine A-Defense. Und du kannst noch ein bisschen Damage machen. Das ist wahr. Bei mir. Bei. Macht er das Ace fertig? Der ist hinten lang. Der macht das Ace fertig. Nein, da kommt Lickmann nämlich wieder. Der hat ein 4K. Der hat ein Ace? Ja, Rad-Rat-Lassen. Das ist doch dumm, das ist wirklich eine Prophezeiung, es ist so, es ist, ich schwöre es dir, es ist so, boah, das ist jetzt dumm, das ist, ne, das Spiel hat dem extra einen Ace gegeben, damit er vor mir noch ins Gegenende, das ist geil, boah, ist das dumm. Untertitelung des ZDF, 2020